Der Schlüssel zur Freiheit ist die Fantasie. Ist die Fantasie. Carlos! Carlos! Bin hier ungesucht! Hilfe! Hilfe! Ich erinnere mich. Brands Hagerberg, Tierhändler und weltweit erster Völkerschaubetreiber. Schau genau hin. Mein Geheimzeichen, wenn ich meinen Schöpfergeist freien Lauf lasse. Auf den Seiten danach ist in meinen Geschichten alles erlaubt. Wirklichkeit, Fantasie. Verhängnisvoll, wenn du den Überblick verlierst. Meine neuste Attraktion, ein echter Kannibal aus der Südsee. Ich komme aus dem Kausereich Abyssinien. Der einzige Sonderling in deiner Sammlung, das wirst immer du selbst. Du wirst nie wieder in seine Nähe gehen und nie wieder ein Wunder dem Hexen. Ich lass mich doch nicht für einen Halbaffen zum Gespött machen. Lass uns hier treffen. Montag Mittag. Wirklichkeit. 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 Fin Wirklichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020